Herzlich Willkommen zurück zu meinem unserem Let's Play Banished von SHINYROCKSOFTWARE. So, jetzt kommen wir nochmal zum Kevin. Der sollte mal langsam fertig werden. Und der sollte dann auch mal langsam los machen. Ach nein! Dann brauchen wir ja schon wieder einen Hunter. Nein, es ist da jetzt. So farme. Naja gut, die Ressourcen holen sie uns rein. Über den Winter. Dann müssen wir dann mal ein bisschen warten. Aber den Kevin, den brauche ich unbedingt. Was ist denn hier oben? Ach, das sind Tierchen. Ich dachte gerade aus dem Augenwegen hab ich doch da was gesehen. Hier oben klopfen sie Holz. Das ist gut. Feuerholz wird wieder. Gut, so viele Baustücke haben wir auch nicht. Bad Town Hall muss warten. Mine muss warten. Das war ja sowieso nur die Zwutmine. Das heißt nur... Essen haben wir genug. Das wird auch immer mehr. Auch wenn wir hier oben... Huck, da kommt immer noch fleißig. Schön... Ah, jetzt ist er fertig. Und wer springt denn hier oben rum? So, Ressourful Block ist nur... Wer bist denn du? Ach, du bist Trader. Das ist schlecht. Du brauchst hier oben sozusagen ein Haus? Ach nee, du springst hier nur rum, weil du Langeweile hast. Du hast ja normalerweise eine andere Aufgabe, oder? Und warum bist du nicht hier hin und her gerannt mit dem Zeugs holen? Warum war das jetzt? Soll er aus wie da Wendor mit seiner Karre? Oh nein! So far more his diet. Wir haben Early-Out. Wir haben 8.000 Fressi. Können wir dem hier oben mal wieder 500 geben? Können wir dem auch wieder Firewood geben? 120 Iron Tools. Ist ja nur, falls... Genau. Falls der hier wieder kommt und mal was Sinnvolles dabei hat. Kühl, kühl, kühl. Bitte kühl, bitte kühl, bitte kühl. Ja, danke. Und... Wer bist du? The Seed Merchant. Beanshammer. Das müssen wir ab. Ach, man kann mit dem auch nur tauschen. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was der noch anbietet. Aber... Naja, wenn er Beans dabei hatte... Dann sind es nur Samen. So, und bist du das jetzt wirklich selber? Trader. Jawohl. Bam, 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 bam. 3.000 Firewood bringst du noch hoch. Da brauchen wir wieder Holz. Da brauchen wir wieder Eisen für die Iron Tools. Aber 130 sind da. Die gehen so schnell nicht aus. Ja, Kinder, ihr müsst fertig werden. Und 21 in einem leeren Haus. Das ist schon mal big. 78. 78. 68. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Oh. Das wird eng. Das wird eng. Das wird eng. Das bleibt noch ein bisschen. Kartell Warsborn. Oh, oh. Jetzt geht's ab. Kartell. Ja. Simon. Doch, Mann. Äh, war. Gut, als erstes nehmen wir dann wirklich das weg, was wir nicht brauchen. Iron ist long. Warum? Ach, weil der die ganze Zeit hier bastelt. Das kannst du ja machen. 118 haben wir noch. Das dürfte eine Weile reichen. Achso, wenn das ab und zu mal hier kurz hängt und die nicht rumlaufen, dann hat er hier oben das Speicherzeichen. Das ist dann Autospeichen. Äh, Autospeicherheichen. Das Feld ist fertig. Wir könnten ein Feld abstellen. Aber das mache ich erst, wenn auch der Markt richtig voll ist. Ich hoffe ja, dass... Ach, die Kinder sind ja nicht mal Schüler. Äh, es died of old age. So, was braucht man nicht? Stonecutter braucht man im Moment nicht. Miner braucht man noch. Trader. Wenn alles oben ist, braucht man nicht. Ressour of Iron. Ja, kommt noch. Vendor braucht man noch. Tailor braucht man noch. Aber der arbeitet selbstständig immer irgendwo anders. Blacksmith macht sein Ding. Hörbel ist braucht man noch Förster nicht so. Doch braucht man, dass da noch Holz reinkommt. Holz braucht man immer permanent. Das Feuerholz gebaut wird und auch die Werkzeuge. Woodcutter braucht man. Woodcutter braucht man. Der macht das Feuerholz. Den einen Hunter braucht man. Eigentlich auch den zweiten. Da geht es einfach nur um die Klamotten. Und deswegen will ich auch die Kühe haben. Schafe am Anfang auch. Das ist mir relativ relle. Am besten beides hintereinander. Und natürlich auch genug Ressourcen da, um das zu kriegen. 9000 fressen. Dann nehmen wir... Boah, die Bäume will ich aber auch nicht unbedingt rausnehmen. Das ist das untere Feld. Bin ich jetzt in der Hausbau, ist es auch Quatsch. Wir haben viele Häuser dann auf einem Schlag frei. Wir können eigentlich jetzt erstmal nur so weitermachen. Und wenn noch mehr sterben, nehmen wir einfach ein Feld raus. Wenn noch mehr sterben, muss ich dann das rausnehmen. Den Garten. Den Obstgarten. Den Orschert. 144 Holz. 129 Stein. Eisenfett. Meer in die Mine. Ja, ne. Du bleibst jetzt erstmal frei. Hand den Cabin. Ne, dir muss ich ja eingeben. Kevin. Hunter. Dich muss ich. The teacher has died. Bah. Den Hunter brauchen wir. Den Förster nicht unbedingt. Holzhammer. Dann geht der Förster auch erstmal raus. Woodcutter brauchen wir. Hunter brauchen wir zwei. Mir geht es nicht ums Fleisch beim Hunter. Mir geht es um das Nebenprodukt. Um das Leder sozusagen. Was dann der Schneider wieder verarbeitet zum Mäntel. Wir brauchen die Mäntel. Sonst verrecken uns die Leute draußen, wenn sie frieren. Die können dadurch länger draußen rumlaufen. Und manche Wege sind hier schon relativ weit. Und da ist Simone, unser Hunter. Zwei Mal trotzdem noch. Shailene hat den Platz ersetzt. Ah, da sind wir jetzt an dem Punkt. Einmal macht er das Feld noch. Dann setzen muss ich euch hier. Die Mitarbeiter klauen. Die muss ich dann hier direkt reinsetzen. Ne, raussetzen. Gehen nur 3 von 3 drauf. Gehen nur 2 von 2 drauf. Ne, 3 von 3, dass wir einen mehr haben. Ne, das auch nicht. Komm. Mach da auch nicht. Neun v-mal von 7, das ist doch. Achte. 3 von 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bam, 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 bam. Wir haben keine Studenten in Pharma. 81, 82, das dauert nicht mehr lange. 70, das geht noch. 17 Jahre, 8, kommt bald in die Schule. 5 und 9, kommt bald in die Schule. 9, kommt bald in die Schule. 9, kommt bald in die Schule. Und da haben wir es. Dann setzen wir hier noch einen raus. 8 von 8, 7 von 8. Und den hat er hier rausgenommen. Jawohl. Wir haben ja auch 9.000 zu fressen, also das sollte nicht das Thema sein. Ich nehme die jetzt nur einzeln raus, damit die hier Stück für Stück noch ein bisschen was weg ernten. Ich möchte einen Leberer übrig behalten. Wobei wir im Moment den Bildern nicht brauchen. Raus. Ritzschäle. Wurstbauern. Fein. Dann kriegst du hier nochmal wieder einen zweiten rein. Farmer. 9. Nein. Du sitzt doch hier nicht. Thion ist ein Schüler. Jawohl. Also wir werden mit denen dann auf jeden Fall überleben. Wir werden vielleicht nicht mehr alles direkt so produzieren können, aber wir werden überleben. Der Generationswechsel ist ja schon im vollen Gang. Und mit 7 Kindern und einem Studenten sollte klappen. Wir haben auch wieder 5. Jawohl. 5 Mäntel. Okay, es ist aber sinnlos, die Leute hier raus zu schmeißen. 1, 2, 3. Und hier fährst du wieder hoch. Und hier runter. Und bei dem sagen wir. Wieso kann ich hier nicht heruntersetzen? Na gut, dann macht es dort oben erstmal nur einer. Student, Student, Student. Das ist gut. Jetzt haben wir 3. Mittlerweile haben wir 2 Leymourer. 2 Leymourer. 2 Leymourer. 2 Leymourer. Dann kann man wieder Einen Instellen sagen. Nee, können wir nicht, wir müssen warten. Genau, da ist nämlich ein Leymourer da jetzt. Dann Mach mal das ganze mal auf 10 und jetzt Lassen die tatsatatatatatatatatatatatatat. den vendor könnt man uns noch sparen wie viel platz ist hier noch drin 22 42 prozent die felder sehen gut aus die werden auch noch mal richtig ertrag geben ich könnte den hier jetzt karten lassen Was macht denn der dann eigentlich? Ich würde ihn am liebsten komplett weg. Cut. Filme alles runter. Noch mal komplett klimperklar. Dann haben wir auf der Seite auch wieder Holz. Jetzt haben wir 150, 160. Das sieht geil aus. Das ist Deutsch für Produkte. Willst du mich veralbern? Achso. Na holen wir das Zeugs rüber. Dafür ist es da. Ah. Beans 4000. Okay. Das können wir ändern. Haben wir einen Trailer noch drin? Nein, haben wir ihn nicht drin. Dann setzen wir den kurz rein. Und dann kommen hier oben entfernt 5000 hin. Hole up. Die fahren hier runter. Das ist gut. Du kannst es hier reinbringen. Leute, macht es nicht so kompliziert. Oh, yes. Nein, dich wollte ich nicht. Ich wollte... Es hat hier ja alles drin. Mushrooms. Ja. Miner ist... weg. Ach, der macht jetzt neu. Nee, das wollte ich ja auch nicht. Dann mach mal. Genau. Und mach mal. Hier allgemein 4. Hier allgemein 4. Das ist richtig. 7 von 8. 6 von 8. Wie eine Forma kaputt. Nee, 6 von 8 ist ja richtig. Es sollen ja nur 3,3 drauf. Und hier soll ich später wieder... Ein... Wieso packst du das nicht hier rein? Dafür bist du doch da mal Platz. Genau. Du sollst auch das hier hinpacken. Ist denn hier Kapazit? Ja! Ihr habt doch 91%. Ach nee, weil der auch noch voll ist. Ach man. Trader. Lauf hinher, hinher, hinher. Los. Mache. Was hast denn du hier noch zu viel? Mushrooms 1000. Klau mal dir 400 und bring die hoch. Da könnt ihr hier auch Gas geben. 400. Unions waren da unten auch. Has become a student. Jawohl. 6 Studenten. Wieso 6 von 8? Ach so, weil ich hier 8 drin stehen hab. So, hier sollst du aber auch nicht weiter ausbauen. Ich wollte da wieder einen Obstgarten hinhaben. Das ist schon richtig. 15 mal 15. Und den lassen wir aber erstmal stillgelegt. Die sollen jetzt nur noch die beiden Felder bewirtschaften. Oh, Merchant Trading Post. Reformer has died. Was kann ich denn jetzt noch wegzornen? Blacksmith arbeitet sowieso nicht. Tyler arbeitet sowieso nicht. T-Job braucht mal. Hürbeles braucht mal. Wuttkater braucht mal. Hander braucht mal. Fisherman braucht man nicht. Garderaar. Herbsthammer. Den möchte ich aber noch nicht raushauen. Taylor raus. Einfach mal rein. Und dann geht das wieder so. Hier, guck mal. Trade. Was heißt denn dabei? Ein Ressourcenhändler. Er hat Stein dabei. Was kannst du mir mitbringen? Ressourcenhändler. Ressourcenhändler. Das will ich aber nicht. Dismissh. Hau ab. So. Hier unten haben wir es geklärt. Wir haben wieder 6 drin. So. Jetzt nochmal gucken. Hier. 81%. Das ist 31%. 98%. Jetzt sollst du nicht mehr rummeckern. Hier hast du frei. Hier hast du frei. Hier hast du frei. Jetzt muss man nur sehen, dass die fertig werden. 29. 14. 72. Hunter. Ohohoho. 64. Haus leer. Haus bald leer. Uäh. Haus leer. Ach, die sind umgezogen. Ja, wieder neu gruppiert. Das waren doch die neuen erst eingezogenen. Haus leer. 40. 69. 68. 13. Student, Kind. Er hat das Wort wieder. Wir haben auf jeden Fall Feuerholz. Wir haben genug Tools. Da sollte es wieder vorwärts gehen. Gräber haben wir zu viele. Da müssen wir irgendwann auch schnell reagieren, wenn das so weiter geht. Und du haltst wieder ab. Das ist schön. Gibt es dafür überhaupt was? Das sieht nicht so aus, ne? Remove 40. Ui, 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 ui. Was geht denn hier unten schon ab? No leer. Keine Sofarmer. Sofarmer. 6 von 8. Das geht aber noch. So, jetzt müssen wir nochmal durchgucken. Das passt. Das ist leer. 62. Das, die halten noch ein bisschen durch. Das ist leer. Die halten auch noch durch. 50. Die halten noch durch. 74. Das ist kritisch. Einer. 70. Jawohl, 2. Dürfte nicht mehr lange dauern. Dann kommen die ersten hier wieder raus. Dann können wir die nächsten zwei auch noch ersetzen. Zwei passen hier noch ein. Das klingt blöd. Aber einen noch größten Friedhof wollte ich gar nicht bauen. Eigentlich wollte ich doch in Farmer bauen für Tiere. In Pasteur sozusagen. Ach, Menschen, Viehzüchter. Da verbrauche ich Vieh. Und dann hätten wir auch wieder Leder. Oder Wolle halt. Das ist ja... Wollmäntel wären sogar noch besser wie diese normalen Mäntel. Die Ledermäntel. Aber noch cooler wäre dann Wolle und Leder. Da kann man dann richtig fette Wintermäntel machen. Und dann können die noch länger draußen rumspringen. Is walking is lebra. Wir haben wieder einen. Cartier has become a student. Gut, da oben sieht es relativ gesund aus. Mit 16,62. Sind insgesamt 24. Mal überlegen, dass 20 Gräber da sind. Oh la, oh la, oh la. Das hast du reingekriegt. Gerade so 53% voll. Was habt ihr denn drinne? Beans. Hier macht es meiste Beans aus. A laborer. Jetzt geht es ab. Und hier macht es meiste Mushroom aus. Mushroom. 200 Mushroom. 200 Onions können wir klauen. Und nochmal 2000 Beans. 200 Mushroom. 200 Onions. 2000 Beans. Bringen wir 7.000 hoch. 20% full. Das geht. Gemüsegarten. Der Obstgarten ist fertig. Das ist auch fein. Aber den brauchen wir nicht. Wir haben zwei Leberer. Jawohl. Jawohl. Es wird. Es wird. So. Und wir sind aber schon wieder weit über die Zeit. Mensch. Ach ja. Ich bedanke mich für eure Geduld. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder. Zu meinem, unserem Let's Play Panished. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und Tschüssi. Gowski.